Ja, herzlich willkommen zum Beyond New Work Talk aus dem Rotonda Business Club. Mein Name ist Uwe Kessel, Geschäftsführer vom Rotonda und ich freue mich heute ganz besonders, Viktoria Geratz hier bei uns im Talk zu haben, weil wir ja gemeinsam uns das Thema Beyond New Work angenommen haben, um über Zukunft der Arbeit nachzudenken, bewusst auch einen Blick nach vorne zu nehmen, um zu schauen, was uns dort die nächsten Jahre erwartet. Viktoria, schön, dass du hier bist. Vielen Dank. Spannend auf der anderen Seite vom Tisch zu sitzen. Ja, sehr gut. Bevor wir jetzt direkt in den Talk und in die Themen einsteigen. Magst du vielleicht noch zwei, drei Sätze zu deiner Person sagen, zu deinem Werdegang? Wie bist du in diese Themenwelt gekommen und wie bist du heute aufgestellt? Sehr gerne. Ich habe meine Karriere angefangen im großen Unternehmen, war dann im Konzern, bin relativ früh im Personalbereich gekommen und habe Kultur und Führung und Team Zusammenarbeit auf nicht gut funktionierende Art und Weise kennenlernen dürfen. Ich habe für mich auch festgestellt, dass Großkonzern einfach kein gutes Umfeld für mich ist, um mit meiner Art gut wirksam sein zu können. Ich habe mich dann entschieden, viel mit dem Thema Leadership-Entwicklung, Organisationsentwicklung auseinandergesetzt und weil dieses Unternehmen halt auch im Softwareentwicklungsbereich tätig war, war dieses Thema Scrum und agile Methoden einfach halt auch schon früh ein Thema, mit dem ich in Kontakt war und mit dem ich zu tun hatte. Und ich habe parallel zu meiner Berufstätigkeit immer verschiedenste Ausbildungen gemacht. Ich habe mich am Anfang sehr intensiv mit dem Thema Konflikt beschäftigt, noch einen Master in Mediation gemacht nach meinem BWL-Studium und habe dann verschiedenste Ausbildungen gemacht im Bereich Organisationsentwicklung, systemische Ausbildung. Ich hatte eine Zeit, wo ich mich sehr mit hypnotherapeutischen Verfahren beschäftigt habe. Sehr spannend. Und alle möglichen anderen Dinge. Mein lebenslanges Lernen ist auf jeden Fall was für mich extrem zählt. Ich liebe Dinge zu lernen und Neues auszuprobieren. Es war auf jeden Fall im Rahmen dieser Personaler Tätigkeit irgendwann klar, dass dieses Thema Organisationsentwicklung und Menschen und Teams helfen, ein neues Format für Arbeit zu finden, wirklich eine Leidenschaft ist. Und habe dann mich parallel selbstständig gemacht mit Energie durch Entwicklung, habe mir ein Team zusammengesucht. Wir sind aktuell zu sechst und bin dann irgendwann den Schritt komplett gegangen, die ganz andere Seite des Tisches. Und seit 2011 begleiten wir vor allem kleine und mittelständische Unternehmen zum Thema Zukunft der Arbeit mit der Feststellung, dass gerade im deutschen Mittelstand, was ja oft auch Familienunternehmen sind, die oft auch eine längere Historie haben und aus der Historie heraus oft auch eher sehr traditionell konservativ und patriarchal geprägt sind, der Weg zu dem anderen extrem, holokratisch, total agil, nur remote und total digital, einfach da im deutschen Mittelstand das Gap sehr groß ist. Und wir haben, vielleicht noch ganz kurz, wir haben, glaube ich, tolle Unternehmen in Deutschland, die sehr zukunftsorientiert sind, die sehr digital aufgestellt sind. Wildlingfuß, die ja auch hier im Talk schon waren, sind ein tolles Beispiel. Aber es gibt halt genauso gut auch noch viele Unternehmen, die einfach noch sehr in der alten Zeit festhängen, die schon den Wunsch haben, auch agiler zu werden, aber die gar kein gutes Gefühl dafür haben, wie das denn jetzt gelingen kann, weil einfach die DNA noch eine ganz andere ist. Und da ist so unser Ansatz zu sagen, da gut wertschätzend gucken, wo kommen die her. Es ist ja auch nicht alles schlecht. Also die Unternehmen gibt es oft schon 100 Jahre oder wie lange auch immer. Aber was braucht es denn dann, um jetzt die nächsten Schritte zu gehen? Ja, das finde ich ganz spannend, was du sagst. Das heißt, auf der einen Seite ist ja mal Großkonzernstrukturen kennengelernt, auch eine gewisse Prägung dort erlebt. Dann ist es jetzt mal mehr so Richtung Mittelstand, wo es ja auch noch mal ganz andere, ich sage mal, Entscheidungswege gibt, eine ganz andere Art zu arbeiten. Und von da aus, ich sage jetzt mal, vielleicht am Anfang schrittweise, ganz stark Richtung Organisation, also in Weiterentwicklung von Organisationen und Unternehmen gegangen. Eigentlich eine ganz spannende Entwicklung. Und man muss ja auch sagen, dass New Work oder viele der ganzen Methoden, die es da draußen gibt, ja auch eine sehr starke Prägung aus dem IT-Umfeld quasi mitbekommen haben. Und da quasi zum Seed, also da, wo es quasi herkommt, auch ein Stück weit von vornheran mit dabei gewesen. Das ist eigentlich ganz spannend. Ja, wir beschäftigen uns ja auch im Rotonda gemeinsam mit dem Thema Beyond New Work und auch das, was du gerade beschrieben hast, kann ich aus vielen Gesprächen mit unseren Mitgliedern auch wieder geben, zu sagen, man merkt so, Gesellschaft verändert sich, man merkt, Business verändert sich, so können wir nicht weiterarbeiten. Und dann kommt häufig so, ich sage jetzt mal so, ein Detail, das dann quasi häufig den aus, so erlebe ich das, bin mal gespannt, wie du das erlebst, zu sagen, ah, es gibt da sowas wie Trello oder ein anderes Toolset. Wir wollen das jetzt irgendwie machen oder wir benutzen jetzt Slack zur Kommunikation und dann merkt man auf einmal, warte mal, das hat ja ganz viel Auswirkungen auf unsere Arbeitsabläufe, auf unsere Organisation. Wir brauchen auf einmal Regeln, zu sagen, was schreiben wir in Slack, was schreiben wir in der E-Mail, das gab es vorher gar nicht. Und auf einmal merkt man, man kann sich gar nicht so, ich sage mal, mit einem Mini aus, man muss irgendwie einen Plan entwickeln. So, wie erlebst du das in deiner Beratungspraxis, wenn du jetzt so einen Erstaufschlag hast, was ist da häufig so der Auslöser? Ist das eher so zu sagen, wir haben eine Strategie und wir wickeln das jetzt systematisch weiter oder ist es so, wie auch ich es beschreibe, zu sagen, es gibt ein konkretes Thema, wo man dann den Auslöser hat, sich mit dem Thema, ja, ich sage jetzt mal neue Arbeitsweisen, um jetzt mal weg von diesem Buzzword New Work zu kommen, die neue Art zu arbeiten. Wir müssen uns auf die Reise machen, wo die Leute das irgendwie merken. Wie erlebst du das in deinem Beratungshalltag? Also, ich würde sagen, in Summe kann man eigentlich drei Fälle so zusammenfassen oder alles, was uns so begegnet, in drei große Fälle zusammenfassen. Am Ende des Tages geht es immer darum, dass festgestellt wird, so wie es bisher läuft, kann es nicht mehr gut weitergehen, weil es aus welchen Gründen auch immer nicht mehr gut funktioniert. Es ist entweder viel zu kraftanstrengend, zu konfliktreich und zu ineffizient oder aber es sind natürlich auch oft klassische Situationen wie eine Nachfolgeregelung, ein Merger, eine Strategie ändert sich, weil sich Produktportfolios ändern. Sondern die klassischen Momente bleiben natürlich da relevant. Oft wird dann versucht, so ein Momentum zu nutzen, um dann ein Tool einzusetzen, weil man dann der Meinung ist, über ein Tool, also wenn wir dann ein Trello-Board benutzen oder ein Slack einführen oder irgendein anderes Tool einsetzen, über das Tool wird sich die Kultur dann schon ändern. Und ich glaube, das ist der große Trugschluss, warum auch so viele Veränderungsprozesse dann scheitern und auch so eine hohe Frustration bei vielen da ist, die dann sagen, ja, es taugt ja eh alles nichts. Ich glaube, das, was mehr passieren muss in Unternehmen, ist, dass vor allen Dingen Führungssicherheit ihrer Rolle und ihrer Verantwortung bewusst wird, auch wirklich Changemaker zu sein. Was es ganz viel braucht, ist Arbeit an Haltung, Haltung Menschenbild. Also wie gucken wir auf unsere Mitarbeiter? Es wird immer wieder ja von der Augenhöhe und der Wertschätzung gesprochen, aber auch das ist oft eine Floskel. Und kann ich den anderen wirklich so gut nehmen, wie er ist und halt auch in seinem Facettenreichtum sehen? Und kann ich es gut aushalten, dass Dinge auch mehrdeutig sind? Also was ich erlebe, und wir hatten ja auch im Vorgespräch gerade nochmal so verschiedene Erfahrungen auf internationale Art ausgetauscht. Ich glaube, das, was uns in Deutschland sehr ausmacht, ist, dass wir sehr gedrillt sind oder dass ein starker Bestandteil unserer kulturellen DNA ist, Dinge sehr schwarz und weiß zu sehen und immer so nach der einen Eindeutigkeit suchen. Und wenn wir uns jetzt insbesondere natürlich seit diesem Jahr und seit Corona, aber auch schon die letzten Jahre Entwicklungen angucken, auf EU-Ebene, in ganz vielen verschiedenen Bereichen uns angucken, verliert eine Eindeutigkeit absolut an Relevanz, weil es gibt oft nicht mehr eine eindeutige Antworten und auch nicht mehr eine eindeutige Lösung. Und dass es halt verschiedene Sichtweisen gibt und verschiedene Möglichkeiten gibt, Dinge anzugehen und Dinge zu betrachten, das ist was, was wir stärker als andere Nationen lernen müssen. Einverstanden. Bin ich völlig bei dir. Ich finde auch ganz spannend das Thema Führung in diesem Kontext, weil wir bei den Mitarbeitern oder den Menschen, die zusammen ja auch wirken in Organisationen, eine erhöhte Anforderung an Führungskräfte haben. Auf der anderen Seite haben wir eine höhere Geschwindigkeit. Und du sagst gerade schon, die Rolle der Führungskraft als Changemaker hat sich verändert. Die Erwartungshaltung auch an die Kommunikationsfähigkeit einer Führungskraft ist eine völlig andere. Wenn man sich noch erinnert an die 80er Jahre, DuPont, 15 Hierarchie-Ebenen oder sowas und sich heute mit der Dynamik beschäftigt, wo Hierarchie immer flacher wird, da ändert sich natürlich die Rolle der Führungskraft enorm. Das ist ein Riesenthema. Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir das hier im Rotunda Business Club quasi aufgegriffen haben, weil wir viele Inhaber, Führungskräfte oder auch Entscheider haben, die sich halt Gedanken machen, wie stelle ich mein Unternehmen auf, wie stelle ich meinen Bereich auf für die Zukunft und auch in diesen Formaten so diesen Austausch pflegen wollen. Und deswegen freuen wir uns besonders, dass wir Dich als Expertin, auch als Themenkuratorin für dieses Thema hier im Club gewonnen haben. Und das wäre nochmal so ein bisschen auch aus Deiner Beratungspraxis zu sagen, was sind da so die Top-Themen, die Dir da begegnen. Das eine ist sicherlich Führung. Was sind da so die anderen Themen, die Du in Deinem Unternehmen erlebst, wo Du merkst, da gibt es viel Unschärfe, Unklarheit, Suche nach Orientierung. Was sind da so die Themenfelder, die Dir da begegnen? Weil häufig, Du hast es ja gerade auch so beschrieben, gibt es so eine Tool-Orientierung. Wir sind jetzt alle agile, wie man neudeutsch so schön sagt. Wir machen jetzt auch Scrum, jetzt ist alles gut. Und dann merkt man auf einmal, oh, vielleicht doch nicht. Also was sind da so die Hauptthemenfelder, die Dir in Deiner Beratungspraxis bei Deinen Kunden begegnen? Ich würde gerne noch einen Satz zur Führung gleich sagen. Und dann sind drei Themen für mich im Fokus, nämlich einmal das Thema Rollen, das Thema Organisationsstruktur natürlich ganz zentral und auch als Klammer über allem das Thema Kultur. Fangen wir mit Führung an. Ich glaube, die große Herausforderung, die Führungskräfte zu meistern haben, ist zu verstehen, dass es nicht darum geht, noch zusätzlich Dinge zu tun und sich selber auch als Führungskraft noch eine Bürde, eine Aufgabe und einen Hut aufzuziehen, sondern vor allen Dingen darauf zu gucken, wo kann ich Dinge anders machen und welche Dinge kann ich vielleicht auch loslassen. Wenn wir über selbstverantwortliche oder eigenverantwortliche Teams sprechen, mehr in Richtung Selbstorganisation gucken, heißt das für Führungskräfte natürlich, dass sich halt die Führungsrolle massiv verändert und auch Dinge losgelassen werden müssen. Und das hat viel mit Vertrauen zu tun. Also vertraue ich meinen Mitarbeitern, dass sie im besten Sinne des Ziels und des Unternehmens ihre Aufgaben erledigen. Habe ich Zutrauen zu denen, dass sie das machen? Und kann ich es vielleicht auch aushalten, dass sie es nicht ganz 100 Prozent genauso machen, wie ich es machen würde, aber ihren eigenen Weg und ihre eigenen Erfahrungen machen? Und dann sind wir natürlich sehr schnell beim Thema Fehlerkultur und Lernkultur. Anderes Thema noch, aber zurück zum Thema Führung. Als Führungskraft mehr in eine Befähigungsrolle zu kommen und mehr in eine Art Coachrolle zu kommen und weg von, ich sage jetzt, wie es geht und ich kontrolliere hinterher das Ergebnis, hat ganz, ganz viel natürlich mit der eigenen Haltung zu tun. Und wenn wir uns klassischere, konservative Organisationen angucken, dann sind Menschen oft ja auch einen langen, harten Weg gegangen, um Führungskraft zu werden. Und sind nach zehn Jahren, 15 Jahren endlich da, endlich Abteilungsleiter, haben endlich den Firmenwagen, den sie immer haben wollten. Das Eckbüro. Genau, das Eckbüro. Und jetzt plötzlich sollen sie diesen Machtstatus, den sie sich damit ja auch erarbeitet haben, weil das bisher ja auch das Incentive war, nämlich einen Machtstatus zu haben, plötzlich sollen sie entmachtet werden. Und das macht ganz, ganz viel mit der Identität von Führung. Insofern ist das Thema, und das ist jetzt eine extreme Beschreibung natürlich von Führung und dazwischen gibt es viele Schattierungen, aber als Führungskraft sich auch eine neue Identität zu schaffen und einen eigenen Selbstwert zu geben, wie kann ich denn auch durch Befähigung meiner Mitarbeiter und durch einen Raum halten für meine Mitarbeiter meinen eigenen Wert als Führungskraft mir schaffen. Das ist was, was auch als Transformation stattfinden muss auf Führungsebene und das ist ein Prozess. Ich finde das ganz spannend, weil wir haben jetzt mal so ein sehr einfaches Beispiel, zu sagen Identität einer Führungskraft, soziale Stellung einer Führungskraft im Unternehmen, häufig über die typischen Insignien der Macht. Ein Konzern, die Anzahl Fenster des Arbeitsbüros, der Führungskraft quasi, weil das der Maßstab war in dem Konzern und auf einmal führt jemand Open Space ein und wir arbeiten jetzt übrigens alle anders und dieses Büro, auf das du zehn Jahre hingearbeitet hast, das gibt es jetzt übrigens nicht mehr. Und dann passiert natürlich ganz viel in so einer Organisation und das ist ja nur eine Facette, zu sagen, da verändert sich Arbeit durch eine räumliche Veränderung, aber trotzdem hat es ja auch eine soziale Wirkung innerhalb der Organisation. Auch das andere Thema, was du angesprochen hast, Selbstorganisation von Teams. Als ich das erste Mal von Team-Hiring und Team-Firing-Prozessen gehört habe, da habe ich ganz schön, wow, das ist schon eine andere Nummer. Und wenn man jetzt viele Unternehmen mal schaut, wo die heute stehen, was also die Ausgangslage in vielen dieser Themen ist, dann ist es noch eine sehr starke Präsenzkultur, Corona hin oder her, sage ich jetzt mal, eine Thematik zu sagen, ich kann den Mitarbeiter nicht im Homeoffice arbeiten lassen, weil dann arbeitet er ja nicht. Warum komme ich überhaupt in das Unternehmen? Komme ich in das Unternehmen, ich sage mal wie Anfang des 19. Jahrhunderts, weil da die Maschinen stehen, die man braucht, um zu produzieren, oder komme ich eigentlich ins Unternehmen, um zu kommunizieren? Ja, so, was ist eigentlich meine Aufgabe als Führungskraft? Und das finde ich einen ganz spannenden Aspekt, wo man sagt, da tut sich was. Alle Unternehmen und Organisationen begeben sich gerade auf eine Reise. Alle sind unterwegs. Der eine schraubt gerade an den Räumen, der andere schraubt gerade am Thema Führung, der andere schraubt gerade am Thema Organisation. Und sich darüber auszutauschen, zu sehen, was funktioniert, was ist eine Herausforderung, wie machen andere das? Das ist ja ein sehr spannender Aspekt der Arbeit. Da passen ja diese anderen drei Themen, die ich gerade genannt habe, halt gut rein, weil kann ich meinem Mitarbeiter vertrauen, dass er den Job macht, für den er eingestellt ist? Hat viel mit Rollenklarheit zu tun, nämlich weiß der Mitarbeiter überhaupt wirklich vollumfänglich, was sein Beitrag ist in dem ganzen Konstrukt und in der Arbeit. Das bedeutet, dass ich als Führungskraft die Strategie des Unternehmens runterbrechen muss auf Teamziele und auch auf individuelle Ziele. Und idealerweise mache ich das ja gemeinsam mit meinem Team und meinen Mitarbeitern, weil nur dann kann ich sicherstellen, dass sie es halt auch vollumfänglich verstanden haben. Das ist zum Beispiel was, was wir ganz oft feststellen, dass A, schon die Strategie an sich nicht klar formuliert ist, geschweige denn, dass dann auf der mittleren Führungsebene oder auf Mitarbeiter-Ebene diese Strategie wirklich verstanden wird. Das zweite Thema ist Rollenklarheit. Es gibt dann, weil man das irgendwie mal für eine Stellenanzeige braucht, irgendwie eine Stellenbeschreibung, aber es sind oft keine guten Rollenbeschreibungen, die wirklich auch einen Rahmen ermöglichen, in dem sich Mitarbeiter bewegen können. Und vor allen Dingen sind oft die Schnittstellen zwischen den Rollen nicht gut geklärt. Das heißt, es wird dann zwar auf ein einzelnes Rollenprofil geguckt, oft auch noch so aus der alten Denke heraus, welche Insignien gibt es denn? Und es wird wenig darauf geguckt, wie interagieren denn die Rollen miteinander? Und es wird auch in den Rollenprofilen nicht mit eingewebt. Einfach schon. Sodass wir dann natürlich auf das Thema Organisationsstruktur gucken. Und wir ja heute zunehmend feststellen, das hat in diesen klassischen Linien Organisationen, es gibt einen Abteilungsleiter und darunter Mitarbeiter, oft qua Organisationsstruktur schon, Kommunikation und Austausch nach Kollaboration gar nicht gefördert werden kann, weil Kommunikation und Entscheidungen über Führungskräfte getroffen werden. Das finde ich ganz spannend, wenn ich jetzt mal auf Organisationen schaue, zu sagen, wo sind wir alle irgendwie mal hergekommen? Dann gab es so diese klassische Aufbauorganisation, dann kamen die 80s, 90s mit der Matrix-Organisation, da habe ich auf einmal zwei Chefs, zu sagen, einmal bei einer Funktion und einmal vielleicht im Produkt. Dann kam die große Orientierung der Prozesse. Das heißt, ich bin unter Umständen noch Prozess-Owner und habe innerhalb des Prozesses bestimmte Kompetenzen. Und dann ergibt sich auf einmal eine Komplexität, zu sagen, ich bin vielleicht für ein bestimmtes Produkt der Vorgesetzte, dann bin ich Prozess-Owner, dann bin ich vielleicht noch Head of Country in einer bestimmten Rolle. Und jetzt haben wir auch noch ein Änderungsprojekt und da bin ich Projektleiter. Und einmal bist du meine Chefin und einmal bin ich aber dein Projektleiter. Das heißt, ich sage dir oder gebe dir Vorgaben für die Arbeit. Und da hat man so richtig gemerkt, sozusagen, dass quasi aus dem alten Denken von Organisationen man da einfach an Limitierungen gestoßen ist. Und das ist ja genau dieser Punkt, zu sagen, das alte Modell macht so keinen Sinn mehr und auch die alte Führung. Was haben wir lange dafür gekämpft, dass es so etwas wie Zielvereinbarungen gibt, die häufig in einem jährlichen Rhythmus in vielen Unternehmen stattfinden. Und jetzt hat die Dynamik so zugenommen, dass irgendwie das Ziel, was wir uns vielleicht für die nächsten zwölf Monate vorgenommen haben, nach sechs Wochen obsolet ist. Also macht dieser klassische Ansatz der Führung, zu sagen, führen mit Zielen auf einer Jahresschiene kaum noch Sinn. Und dann brauche ich auf einmal andere Werkzeuge der Führung, die vielleicht gar nicht etabliert sind. Und das wiederum finde ich eigentlich eine ganz spannende Prozedur, weil ich erlebe auch noch Unternehmen, die führen gerade mit Zielen ein und andere schaffen das gerade wieder ab, weil sie sagen, das ist so schnell geworden bei uns, das macht gar keinen Sinn mehr. Also ich glaube, dass man da sehr gut gucken muss und das ist auch unser Ansatz mit Energie durch Entwicklung, immer sehr, sehr gut zu gucken, wo kommt das Unternehmen her, wo steht das Unternehmen gerade und wo will es hin und was ist jetzt in dem Moment halt auch das richtige Tool. Und das kann sein, dass halt auch im Moment auch nochmal führen mit Zielen gerade hilfreich ist für den nächsten Schritt. Man dann aber die Freiheit haben muss, auch zu sagen, in zwei Jahren sind wir an einem anderen Punkt und dann schaffen wir es wieder ab. Also da gibt es kein richtig oder falsch, sondern man muss immer gucken, was dient jetzt gerade und was ist gerade die richtige Methode. Das wäre so Punkt Nummer eins. Der andere Punkt ist aber natürlich, und da hast du recht, die Dinge sind so schnelllebig geworden und dynamisch geworden, dass oft ein Ziel, was im Januar für zwölf Monate definiert wird, im Laufe des Jahres obsolet wird, weil sich Dinge ändern. Die Erfahrung, die ich aber auch gemacht habe in den letzten Jahren, ist das halt oft klassische Ziele, eher auch einen Blick nach innen richten. Und ein anderer Aspekt von New Work, den wir noch nicht besprochen haben, ist ja eine extreme Kundenorientierung. Einverstanden. Und das ist einfach ein Thema, was auch besonders in Deutschland noch nicht so verankert ist. Also da sind andere Kulturen, zum Beispiel in den USA, deutlich anders ausgerichtet von der Grundhaltung her, dieses extrem kundenorientiert zu sein und alles tun in einer Organisation mit Blick auf den Kunden, und zwar internen und externe Kunden zu richten. Und was braucht es denn, damit es für den Kunden gut ist? Und wie können wir alle miteinander arbeiten, damit es für den Kunden gut ist und damit das Produkt gut ist und die Qualität gut ist und der Service gut ist? Dadurch bekommt Zusammenarbeit eine andere Ausrichtung. Und dadurch verlagert sich automatisch auch der Fokus von persönlichen Machtthematiken auf alles für den Kunden. Und dann bekommen Ziele eine andere Qualität, weil sie halt plötzlich auch einen Sinn bekommen. Und im Kontext von New Work geht es ganz, ganz oft ja um Sinn und Purpose. Wann auch immer man welches Buch aufschlägt, ist das einfach auch in der Regel ein Bestandteil, ein gutes Produkt für den Kunden herzustellen, eine gute Leistung für den Kunden zu bringen und den Kunden zufrieden zu machen und dem einen Nutzen zu stiften, was auch immer dann das Geschäftsmodell des Unternehmens ist, führt dazu, dass die Ausrichtung von allen im Unternehmen Arbeitenden und auch für das Unternehmen Arbeitenden, weil es das sind ja nicht nur das Unternehmen selbst, sondern auch alle Partner und Lieferanten und Kooperationen, die da dranhängen, bekommt es plötzlich eine andere Ausrichtung. Und dann können auch Ziele viel griffiger formuliert werden. Und der Trend geht ja im Moment massiv zum Thema OKR, also Objectives and Key Results, was in den meisten Unternehmen auf einer Quartalsebene gemacht wird. Mit Sicherheit ein sehr, sehr hilfreiches Tool. Auch da darf jedes Unternehmen für sich seinen Weg finden, wie es das nutzt und ob es drei Monate sind oder vier Monate sind. Aber da einfach einen anderen Blick drauf zu werfen, was sind denn jetzt im nächsten Schritt unsere Ziele und dann zu sagen, wir gucken uns an, was haben wir in den letzten drei Monaten getan, was haben wir geschafft, vor allen Dingen aber auch, und was haben wir gelernt. For good and for worse. Und welche Konsequenz ziehen wir da raus für die nächsten drei Monate? Finde ich sehr spannend. Startpunkt Organisation. Wir greifen weitere Facetten auf. Viktoria, das finde ich fantastisch. Kundenorientierung. Auch so ein typischer Startpunkt, in dem Unternehmen auf einmal merken, wir müssen anders machen. Das Marketing-Team oder das Sales-Team, je nachdem, wer da gerade den Hut auf hat, setzt ein Customer-Centricity-Projekt auf. Auf einmal kommen ganz viele neue Begriffe des Weges. Alle sind irgendwie erstaunt. Ein weiterer Aufschlagpunkt, Purpose. Und dann sagt er, wir installieren Heizung, was soll unser Purpose sein? Da tut sich so ein Mittelständler dann auf einmal schwer, vielleicht auch Schätze zu entdecken, die für sie selbstverständlich sind, die ihnen selber gar nicht klar sind, die ihren Kunden nicht kommunizieren. Zu sagen, wir als 100-jähriges Unternehmen legen schon Wert, dass unsere Mitarbeiter gut ausgebildet sind. Wir wollen nicht einfach nur eine Heizung installieren. Und da geht ja dann auf einmal die Reise los, Dinge zu entdecken, die man vorher vielleicht gar nicht gesehen hat. Und auf der anderen Weise auch noch mal so das Thema Kommunikation mit dem Kunden. Zu sagen, ist die alte Faxbestellung auf einmal nicht mehr da? Es gibt Kunden, die auf Google über mich schreiben. Das gab es früher auch nicht. Und die erwarten auf einmal eine schnellere Reaktionszeit. einen anderen Stil unter Umständen auch. Und das ist ja das, wo viele so merken, und das meinte ich auch so, so Einstieg zu sagen, das ist dann häufig nur eine einzige Facette, die gerade dann den Auslöser gibt, die dann dazu führt, dass du doch eine sehr grundlegende Veränderung des gesamten Unternehmens hast. Und dass viele dann auch so ein Stück weit erschlagen sind von der Facette der Themen. Weil wir haben jetzt zehn Minuten diskutiert und stellen schon fest, zu sagen, wir reden über Führung, wir reden über Organisation, wir reden über Purpose, wir reden über einen Strategieprozess, wir reden über Zielvereinbarung und so weiter. Customer Centricity, also ganz viele Facetten, die dazu führen, dass Arbeit, wie wir es klassisch erlebt haben, so kaum noch funktionieren kann. Und das finde ich eigentlich eine sehr spannende Reise, auf der viele jetzt sind. Und ich finde es auch schön, wie du es beschrieben hast, zu sagen, ja, Zielvereinbarung mag vielleicht gerade nicht so hip sein, aber es dient dem Unternehmen im nächsten Schritt in der eigenen Entwicklung einen Schritt nach vorne zu kommen und erfüllt die Aufgabe, die da gerade notwendig ist. Und da muss ich jetzt nicht auf Teufel komm raus mit OKRs arbeiten, wo vielleicht alle vielleicht am Anfang das gar nicht gewohnt sind, das vielleicht gar nicht passt in das Setting, nur weil es gerade angesagt ist. Ich glaube, dass es Fingerspitzengefühl braucht, insbesondere von Unternehmensführung und von Führungskräften, die Organisation nicht zu überfordern. Und ich meine jetzt insbesondere in den letzten Monaten und durch Corona und die dadurch noch nie dagewesenen Rahmenbedingungen, ist so das Gefühl der Überforderung an vielen Stellen ohnehin da. Insofern braucht es noch mehr Sensibilität, denke ich, von Unternehmensführung und von Führungskräften dahingehend. Und ich bin überzeugt davon, dass es nicht darum geht, alles mit der Brechstange auf einmal zu tun. Was ich aber sehr wohl glaube und sehr überzeugt davon bin, ist, dass es sehr lohnenswert ist, eigentlich für alle Unternehmen nochmal sich Gedanken zu machen über ihre Vision und ihre Mission und ihre Werte, weil das die Vision und die Mission ein guter Leitstern ist, wo wollen wir eigentlich hin und Werte oder Prinzipien oder wie auch immer man das nennen möchte, gute Leitplanken sind, wenn wir uns auf nichts mehr verlassen können, worauf können wir uns dann noch verlassen und worauf können wir dann noch vertrauen? Nämlich auf die gemeinsamen, vereinbarten Werte im Umgang miteinander, im Umgang mit unseren Kunden und unseren Partnern. Und das wirklich so als Ankerpunkt, als Ausrichtung zu haben, die Vision und Werte und Prinzipien als Ankerpunkt zu haben für das Miteinander als so das wesentliche Kern, Element oder das Rückgrat der Organisation halte ich absolut für wichtig und elementar zentral und dann darf eine Strategie sich den Rahmenbedingungen anpassen und es muss auch nicht immer, das hängt ja immer sehr von der Größe des Unternehmens an, es muss auch nicht immer alles auf der ganzen Organisationsebene passieren, sondern es darf auch sein, dass ein Team, weil das gerade an einem Projekt arbeitet, eine neue Arbeitsweise ausprobiert und ein Stück weit wie ein Pilot agiert und dann die Organisation in Gänze von diesem Team lernen darf. Ich finde es ganz fantastisch, an der Stelle zwei Dinge. Das eine ist, wenn alles sich bewegt, unsere Organisationsstruktur, wir führen ein neues IT-System ein, wir haben ein neues Logo, wir sind jetzt international, wir haben jetzt einen neuen Motorkonzern, alles ist in Bewegung, zu sagen, und wir suchen ja alle nach Stabilität und Halt, was bleibt da noch an Stabilität? Und das sind auch aus meiner Sicht die Werte eines Unternehmens und das meinte ich eben auch so mit dem Thema Schätze, die ein Unternehmen unter Umständen hat, die vielleicht gar nicht so klar sind und das gilt einmal für eine Organisation auf einem organisatorischen Level, aber auch für eine eigene Person zu sagen, wie kann ich selber mich in diesem total dynamischen Kontext überhaupt bewegen und dann kommen wir genau zum Thema Haltung, was wir eingangs gemacht haben. Jetzt war ja der Auslöser, ich sage mal, für das Thema Beyond New Work, also zu sagen, auch nochmal einen Schritt nach vorne in die Zukunft zu gucken, auch Teil unserer Kooperation oder Teil dessen, dass du gesagt hast, ich greife das gerne auch im Rotonda Business Club auf, wir hatten ja letztes Jahr eine Veranstaltung zum Thema Achtsamkeit in Düsseldorf, die ich sehr spannend fand. Was haben wir denn so oder was hast du jetzt quasi auch initiiert und vorbereitet? Wir haben ja unterschiedliche Formate. Magst du mal für unsere Hörer oder auch Zuschauer mal einen Einblick geben, was, ich sage mal, die nächsten Monate, vielleicht Jahre uns hier mit dem Thema New Work oder Zukunft der Arbeit, was kommt noch danach, was wir da aufgreifen wollen? Sehr gerne. Also wir haben uns drei verschiedene Formate überlegt. Es gibt den Beyond New Work Talk, da sitzen wir mittendrin, wo wir Unternehmer vor allem zu Wort kommen lassen wollen, die die Geschichte ihres eigenen Unternehmertums und auch ihres Unternehmens erzählen, weil so vielseitig wie Unternehmen sind, so vielseitig sind auch die Vorgehensweisen und Geschichten und einfach da auch diese Diversität aufzuzeigen von bis Unternehmen, die schon in New Work gegründet wurden, und von vornherein eine ganz andere Philosophie haben, eine ganz andere DNA haben oder aber auch Unternehmen, die auch ein Stück weit aus einem klassischeren Modell kommen und jetzt so sich auf den Weg machen mit allen Höhen und Tiefen, die dazugehören. Da wollen wir einfach Geschichten erzählen, die auch ein Stück weit Mut machen und auch einen Impuls geben. Naja, so könnt ihr es auch mal machen, nur das ist ein guter Punkt, da kann ich drüber nachdenken. Also wirklich als Impuls und Anregung, drüber nachzudenken. Das zweite Format ist das Beyond New Work Lab. Was ich ganz wunderbar finde, weil es die Möglichkeit gibt, für die Clubmitglieder, Methoden auszuprobieren, Methoden kennenzulernen. Es gibt ja durchaus mittlerweile Methoden, die haben jetzt auch schon viele gehört. Jeder hat irgendwie schon mal was von Design Thinking gehört und von einem Barcamp gehört. Es hat in der Tat aber noch nicht jeder an sowas teilgenommen. Es existiert so ein profundes Halbwissen, stelle ich immer wieder fest, die Begriffe werden auch oft noch durcheinander geworfen und vielen ist auch nicht klar, wann brauche ich eigentlich welche Methode. Das finde ich ganz spannend an diesem Lab-Ansatz, wenn ich da kurz ergänzen kann, weil ich finde es ja auch spannend zu sagen, wir haben zum einen einen Experten, der sagt, okay, das ist Design Thinking, ja, okay, verstanden. Aber ich finde es ja auch spannend, unter den anderen Teilnehmern, Mitgliedern rauszuhören, zu sagen, wir benutzen das übrigens so und so und so, das klappt, das klappt nicht. Oder aber mich interessiert das und ich habe jetzt vielleicht hier in so einem Lab so ein Setting, wo man es auch mal ausprobieren kann. So ist es ja gedacht, zu sagen, wir schauen uns das mal heute live an und machen mal vielleicht eine Übung eine Stunde und arbeiten mal in diesem Modus, sodass jeder für sich auch so eine Erfahrung mitnehmen kann. Genau, also wir wollen einfach da eine Plattform bieten, verschiedenste Methoden, durchaus auch vielleicht die ein oder andere etabliertere Methode oder eine ganz neu entstehende Methode zur Verfügung zu stellen, sie wirklich halt mal am eigenen Leib auszuprobieren und mal anzufühlen, um auch festzustellen, ist das was für mich und meine Organisation oder nicht und wann brauche ich welche Methode. Alle Clubmitglieder, die tolle Methoden im Koffer haben, sind eingeladen, sich da gerne zu melden. Dieses Jahr mit Sicherheit noch mehr mit Fokus auf was geht online und soweit Corona es uns ermöglicht, dann auch wieder physisch vor Ort. Und das dritte ist der Beyond New Work Roundtable, wo wir gemeinsam mit verschiedenen Experten, also Unternehmern, aus der Wissenschaft, Experten und auch Beratern zu einem Thema diskutieren möchten in so einem Fishbowl-Format. Ich plane jetzt für Herbst ein Roundtable zum Thema New Pay. Spannend, okay. Weil Vergütung sich auch ändern muss, wenn wir mehr auf Teams gucken und selbstorganisierte Teams, dann sind rein umsatzabhängige Individualziele vielleicht nicht förderlich für die Teamarbeit. Und was sind da einfach auch gute neue Ansätze, Vergütung zu gestalten? Da freue ich mich auf einen spannenden Roundtable dann nach den Sommerferien und diverse andere Themen. Da werden wir immer eine bunte Mischung an Personen im Zirkel haben, aber auch dem Publikum die Möglichkeit geben, da mitzudiskutieren und Fragen zu stellen. Das soll sehr interaktiv sein. Und es geht bei dem Roundtable nicht darum zu sagen, am Ende des Abends, das ist jetzt die eine Weisheit, die jetzt gültig ist für alle, sondern wirklich auch diese, was ich auch eingangs sagte, diese Mehrdeutigkeit wirklich darzustellen, dass es einfach verschiedene Ansätze gibt, verschiedene Perspektiven gibt und dass es am Ende des Tages für jedes Unternehmen gilt, ganz individuell zu gucken, was ist genau jetzt der nächste Schritt, der mir dienlich ist, auf dem Weg zur Erfüllung meiner Vision. Das heißt, wir haben in Summe drei Formate. Einmal der Talk, zu sagen, ich kriege einen Einblick von einigen, die vielleicht einen Schritt weiter sind. Kann aber auch Herausforderungen, die sie selber hatten, ein Stück weit nachvollziehen. Dann so ein Lab, sagen wir mal so ein Stück weit ausprobieren, mal Dinge selber machen tatsächlich. Und das dritte, zu sagen, Roundtable-Ansatz, Wissenschaft, Berater, Profis, aber auch Leute, die sich damit beschäftigen wollen, zusammenzubringen und so, dass man da aus allen Facetten Schattierungen Input für sich ziehen kann. Das finde ich in Summe eine spannende Mischung. Also ich glaube, das wird für uns alle eine spannende Geschichte sein, weil jeder ja so ein bisschen auch auf der Reise ist, sich da einzubringen. Und das auch direkt nochmal eine Botschaft, auch an die Menschen, die das jetzt hier sehen. Egal mal, in welcher Rolle man ist, ob jetzt also Unternehmenslenker oder Experte, wir suchen ja Menschen, die sich da einbringen wollen. Das ist ja bewusst ein offenes Format für Austausch. Wie wäre denn da der Prozess, wenn jetzt da draußen einer das hört und sagt, ah, ich habe eine Frage oder ein Anliegen oder ich habe gehört, es gibt da Lego Series Play, macht sowas im Unternehmen wirklich Sinn? Wie gestaltet sich der Prozess, wenn sich da jetzt jemand mitmachen möchte? Genau, also am einfachsten ist es, wenn man mir eine E-Mail schreibt an victoria.gerards.rotonda.de oder über LinkedIn oder Xing. Also mal Kontakt aufnehmen? Auch immer, genau. Direkt gerne mit mir Kontakt aufnehmen. Idealerweise telefonieren wir dann kurz für ein Gespräch. Was ist das Angebot? Was braucht es? Und dann, wir haben ja uns einen Plan gemacht, wann wir welche Veranstaltungen planen. Halten die Kontakte nach und dann zu den entsprechenden Zeiten kommen wir dann entweder auf die Leute zu oder binden sie halt direkt mit ein. Das finde ich auch sehr gut. Ja, ist ja ganz fantastisch. Liebe Viktoria, vielen Dank, dass du mal so einen ersten Einblick gegeben hast, wie du auf die Welt schaust. Das macht mir große Freude mit dir, diese Themen zu diskutieren. Auch jetzt in diesem kurzen Gespräch haben wir ja gemerkt, so von Strategie über Orga, über Führung, über Tools, über Kunden, Purpose, wie facettenreich diese Thematik ist und ich freue mich darauf, mit dir und mit unseren Mitgliedern demnächst diese Themen zu diskutieren. Herzlichen Dank für diesen Talk und an alle da draußen empfehlen sie uns weiter. Vielen Dank. Gerne. Tschüss. 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 Tschüss.